Na, schöne Frau, wie wär's mit uns? Lassen Sie bitte meine Frau zufrieden. Wir sind Icloner. Ihr habt mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Schaut mich an, ich bin ein Monster. Das ist nun mal unser Hobby, Sie müssen sich damit abfinden. Hoffentlich sind wir bald zu Hause. Es dauert nicht mehr lange. Ihr könntet mich ja mit dem Kreator bearbeiten. Das könnte Ihnen so passen, wissen Sie überhaupt, wie lange ich an Ihnen gemofft habe? James, was gibt es Neues in der Zeitung? Ist schon ein neues Patch rausgekommen? Wo denkst du hin? Du weißt doch. Wir sind immer erst am Schluss dran. Aber ich lese hier gerade, es gibt wieder neue Tutorials. Da werde ich gleich mal an meinen Computer gehen. Ich stöbere noch ein wenig im Forum. Mal sehen, was es für Neuigkeiten gibt. Ich werde mal in mein Zimmer gehen. Werde noch mal was ausprobieren. Warum klappt das denn nicht? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ach hier ist das Problem, ich muss ja noch skalieren. Zum Teufel noch mal. Was ist denn jetzt wieder los? Ich werde hier noch mal verrückt. Ich glaube ich muss iClone neu installieren. Verdammt und zu genäht? Ich werde mich mal an den Support wenden. Oder ich wende mich erst einmal ans Forum. Die haben ja fast immer eine Lösung parat. Schau lieber erst im Forum vorbei, da wird dir geholfen. Ich werde mich erst einmal entschらい euch und wieder ein recordings.